Hallo, René hier. Heute werfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen. Mein Setup sieht etwas anders aus als sonst. Es laufen nämlich XLR-Kabel vom Phono-Teil bzw. vom CD-Player in den Vorverstärker und zwar in die Bells 28A, weil die üppig genug bestückt ist. Was war der Grund des Umbaus? Ich wollte für Sie zwei verschiedene XLR-Kabel vergleichen, nämlich von Live Audio und von Furutec, wobei man das Live Audio fertig von der Stange kaufen kann, während man sich das Furutec selber stricken muss. Die klangliche Leistung dürfte wohl identisch sein mit der RCA-Version, sodass dieser Test für alle Interessierten relevant ist, egal ob Sie RCA oder XLR brauchen. Lassen Sie mich erst einmal die Kandidatinnen des heutigen Videos vorstellen. Live Audio LD3 erhältlich in RCA-Ausführung für umgerechnet 130 und in XLR-Ausführung für 170 Euro. Furutec SA22 für 25 bis 30 Euro pro Meter, denn das ist Kabel von der Rolle. Sie brauchen also noch vier XLR-Stecker dazu, was eine zusätzliche Ausgabe von mindestens 120 Euro verursacht, sodass wir bei einem Gesamtpreis von maximal 180 Euro landen. Ich hatte für diesen Vergleich, wie gesagt, die XLR-Versionen zur Verfügung. Symmetrische Eingänge hat der Cayenne-Vorverstärker ärgerlicherweise nicht zu bieten, deshalb erfolgten die Hördurchgänge mit meinen Bells-Komponenten. Eingänge Zur Kontrolle und zu einer genaueren Standortbestimmung hörte ich parallel noch mit meinen altbewährten Silberkabeln. Das brachte eine große Überraschung mit sich, wie Sie gleich sehen werden. Was das kontrastive Hören erleichterte, war die Tatsache, dass das Cayenne-Phono-Teil ein blitzschnelles Umschalten von RCA auf XLR erlaubt. Ich begann die Sitzung mit dieser CD, Ricky Lee Jones, Traffic from Paradise und benutzte Track 5 Tigers. Alle drei Kabel lieferten hier ähnlich gute Ergebnisse. Das Cello links erstmals zu vernehmen bei 2,36 erschien gut durchgezeichnet. Die Bongos im Hintergrund blitzten mit ihren straff gespannten Fällen trotz der dominanten Aktivität im Vordergrund immer wieder sauber durch, nur ihr kurzer Solopart. Ab 3,53 kam beim Furutec etwas weniger knackig. Ab 3,07 ließ sich bei allen drei Strippen deutlich und filigran die kleine Melodie hören, die von einer Sitar gespielt wird. Das Live-Audio bildete den Raum eine Spur weniger tief, das Furutec präsentierte die Bühnentiefe besser, dafür war der Klang um eine Nuance grisiger, was auch die Stimme eine Spur belegt klingen ließ. Kari Bremnes, Mannenskraft Ein musikalisch tolles und abwechslungsreiches Stück. Trotzdem kam ich gewaltig in Schleudern bei meinen Überlegungen, was ich ihnen erzählen soll. Es gab winzige bei normalem Hören ohnehin so gut wie nicht bemerkbare Unterschiede, was natürlich keinen definitiven Ausschlag zu Gunsten eines der drei Paare geben konnte. Deshalb erspare ich mir und damit ihnen den Leerlauf nichts sagender Details. Bei Min Dood er meckt Till Gode von Knut Reyesrud und Iva Kleiber, das waren die zugeschalteten Norweger, die haben sich gerade schiefgelacht. Naja, ich wusste schon vorher, das muss ich aushalten. Aber das Stück ist einfach zu hochkarätig, um es ihnen vorzuenthalten. Und dank seiner wahnwitzig raffinierten Effekte konnte ich dann Gott sei Dank und zu meiner Ehrenrettung wenigstens marginale Differenzen notieren. Das Live Audio konnte nicht ganz so tief in den Kirchenraum hinein leuchten und insbesondere die kristallinen Slide-Gitareffekte waren bei ihm eindeutig diffuser und schwebten nicht so faszinierend gleich funkensprühenden Rasierklingen im Raum wie bei den anderen zwei Kabeln. Dieser kleine Mangel führte mich auf die richtige Spur, um wenigstens ein differenzierendes Spurenelement herauszukitzeln. Fündig wurde ich dann nämlich bei Mahnen von Lil Linfors. Auf diesem musikalisch wie klanglich empfehlenswerten Stück donnert bei 237 mit brachialer Gewalt urplötzlich ein Piano los, das über das Live Audio wiederum diffuser als bei der Konkurrenz wiedergegeben wurde. Minimal aber hörbar. Falls ich Sie neugierig gemacht haben sollte auf die norwegischen Stücke, Sie müssen nicht jede einzelne CD kaufen, sondern finden die erwähnten Kostproben auch auf diesem interessanten Sampler. Die bis hierher dargelegten Resultate machten mich neugierig, was bei Vinylwiedergabe passieren würde. Da mein Cayenne-Phono-Teil, wie in der Einleitung gezeigt, ebenfalls XLR-Buchsen besitzt, drängte sich eine Fortführung der Vergleiche geradezu auf. Auf dieser LP mit dem San Francisco Symphony Orchestra unter Seiji Osawa ist die gesamte A-Seite den drei Stücken für Bluesband und Orchester gewidmet, einer Komposition von William Russo, für deren Aufnahme seinerzeit, das war 1973, die Siegel-Schwallband hinzugeholt wurde. Ich habe den zweiten Teil wegen seines besseren Bluesfeelings gewählt und den dritten Teil, weil er mit seinen wilden Harmonika-Amokläufen den Höhepunkt bildet, auch wenn es stilmäßig doch ein arg grober Holzhacker-Blues ist. Aber mein Gott, das waren halt die wilden 70er und der arme Osawa konnte nicht wissen, wie anspruchsvoll Blues-Aufnahmen in den folgenden Jahrzehnten noch hochgezüchtet werden würden. Aus Band 2 greife ich eine Stelle gegen den Schluss zu heraus, wo doch mal eine sehr gefühlvolle, elegante Blues-Kantilene von einer Violine vorgetragen wird. Und da fiel mir ganz besonders auf, dass sie bei den Testkandidaten matt und trüb klang, wie mit Holzwolle, ausgestopft. Sie flatterte mit den Flügeln des Bogens und kam und kam nicht hoch in die Lüfte, während meine Vergleichskabel ihr gut auf die Sprünge halfen. Im dritten Band schob das Furutec wie ein Schneepflug die gesamte Mannschaft, also Orchestermusiker, wie auch Rockband-Mitglieder zwischen die Lautsprecher und die Kontrabässe und Tiefenstreicher, teilweise fast vor die Bässe der rechten Box. Und ich zog unwillkürlich den Kopf ein, weil ich fürchtete, die mächtige Schrummeltruppe könnte womöglich noch weiter nach vorn auf mich zurutschen. Das Live-Audio hingegen gab bereitwillig den Blick in die Konzerthalle frei, aber in den hintersten Reihen, wo sich der Lichtkegel meiner eigenen Kabel noch um Klarheit bemühte, wurde es bereits düster. Etwa im letzten Drittel des Bandes, wo das Blechbläser-Bataillon die Mauern Jerichos umzublasen versucht, kam es mit seinem Ungestüm unproportional weit nach vorn. Beim Furutec mehr, beim Live-Audio weniger und es war das erste Mal, wo ich ehrlich gesagt doch um meine Kabel ohne Wenn und Aber wieder froh war. Auch wenn es mit Sicherheit Anlagen und Kabel gibt, die das noch sauberer und sensibler schaffen. Das zu sagen, rät mir meine Bescheidenheit. Nehmen Sie den folgenden Vergleich bitte als das, was er ist, nämlich eine maßlose Übertreibung, aber vielleicht kann ich mich damit leichter verständlich machen. In solchen kritischen Abschnitten wirkte die Aufnahme ein bisschen wie ein vollgepropfter Ikea-Bücherschrank im Gegensatz zu einem gesteilt luftig bestückten Regal wie diesem hier. Dass die Unterschiede bei Vinyl wesentlich deutlicher zutage traten als bei CD war eine Überraschung. Aber vergessen Sie nicht, all dies sage ich schon hinter dem Klangmikroskop sitzend und man kann eine Menge Geld sparen, wenn man kleine Abstriche zu machen bereit ist oder wenn die Anlage ohnehin nicht extrem fein auflöst. Vielleicht läuft das SA22 mit hochpreisigeren Stecken wie diesen hier zu noch größerer Form auf, aber das ist nur eine Spekulation, der ich nicht nachgehen kann und ein Upgrade würde auch den Vergleich sinnlos machen, weil wir damit in eine preislich höhere Kategorie wechseln würden. Auch Live Audio hat bessere Kabel, die dann logischerweise auch mehr kosten. Meine eigenen Kabel klangen zum Teil etwas strahlender, polierter, transparenter, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, müsste ich hier und jetzt eine Kaufentscheidung treffen, so würde ich arg ins schwitzen geraten. Schauen wir uns die schwierige Weggabelung mal in Ruhe an. Selbst wenn man weiß, dass die letzte Lackschicht die teuerste ist, kommt man bei solchen Preisdifferenzen in schleudern. 900 Euro für ein bisschen besser, da sträubt sich dann doch die Vernunft. Für ein Viertel des Preises bieten die getesteten Kabel 85% der Performance des Vintage-Kabels und preislich liegen da noch viele Treppenstufen dazwischen. Nicht, dass mir das Geld vor Jahren so locker saß, aber als ich kaufte, war die Auswahl noch nicht so schwindelerregend groß wie jetzt. Wer sich zwischen Live Audio und Furutec entscheiden müsste, hätte die Qual der Wahl. Das LD3 ließ bei manchen Solo-Instrumenten die Zügel zu locker. Das Furutec hatte gelegentlich eine Tendenz zu einer geringfügig grisigen Kompaktheit und verlor nur bei der Orchesterwiedergabe die Kontrolle. Aber wir befinden uns hier schon auf einem redlichen Niveau und teilweise sogar im Reich der Erbsenzähler. Außerdem weiß man ja, dass sich Kabel in verschiedenen Anlagen verschieden auswirken, sodass ich nichts Endgültiges sagen möchte, weil die letzte Entscheidung einem persönlichen Hörtest vorbehalten bleiben sollte. Und last but not least waren das nur zwei von hunderten Kabeln, die zur Auswahl stehen. Wenn Sie ein Interlink kennen, das für 100 oder 200 Euro mehr diese zwei Strippen schlägt, und wenn es geht, bitte meine noch dazu, dann informieren Sie mich sofort. Ich schließe mich an der Sammelbestellung an, dann wird es noch günstiger. Tschüss!